Ich bin der Nikolai, bin dualer Student im Studiengang Wirtschaftsinformatik und bin seit Oktober 2017 bei der DATEV. Ich habe mich für das DH-Studium entschieden, weil man da eben die Praxisinhalte auch gut mit den Theorieinhalten kombinieren kann. Was man an der Uni lernt, kann man danach direkt wieder in der Abteilung auch kommunizieren, einsetzen und da ist wirklich der große Vorteil, den ich beim DH-Studium sehe. Die DATEV unterstützt mich natürlich beim Studium in ganz verschiedenen Bereichen. Einerseits personell, einem wird immer geholfen, man hat ein großes Netzwerk, egal ob es jetzt die Kommilitonen, die Fachausbilder in der Abteilung sind oder auch in der Personalabteilung, wo man immer ein offenes Ohr findet und natürlich auch materiell, also man bekommt eine sehr gute Vergütung und die nicht nur in der Praxisphase, sondern auch in der Theoriephase, also in beiden Phasen das ganze Jahr lang. Also mich begeistert schon mal, dass man wirklich nicht nur diese Spaßaufgaben hat, sondern wirklich schon ein wichtiger Bestandteil der Abteilung ist, dass man auch dann natürlich eine Wertschätzung erfährt und wirklich was Produktives liefern kann. Mich hat auch von Anfang an, egal ob das jetzt noch ein Praktikum vor dem dualen Studium war, auch wirklich begeistert, wie die Kollegialität in der DATEV ist. Also ich habe da noch nie schlechte Erfahrungen gemacht und bin allgemein eigentlich wirklich mit allen Bereichen der DATEV zufrieden. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.